Endspurt im April. Gestern war gut, heute wird es hoffentlich noch besser, 9 Uhr morgens, sind wir alle voll fit, also ich nicht, weil jetzt will ich hier aufnehmen, ist nicht 9, aber ist völlig egal. Jedenfalls, Kernprobe, 28. April, Nerdquizkalender, 28. April, Frage zum 28. April ist diese. Für welchen Film bekam Leonardo DiCaprio endlich seinen Oscar? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist eine echt gute Frage und ich weiß es nicht. Departed ist es nicht, aber ich sage jetzt trotzdem zu Gaudi, glaube ich, Departed weiß nicht, besser weiß. Der Revenant, ach das war das mit dem Bär und die Wildnis, oder? Habe ich nicht gesehen. Da war er wahrscheinlich gut, aber ich habe ihn nicht gesehen. Tja, Pech.